Ich habe Brotkeits mitgenommen, auf vier Pfoten. Ja, hier sehe ich es momentan gern, es ist im Wald. Ja, ist schon schlimm. Ich finde das ganz schlimm, mit dem Erdbeben. Was will man machen? Krumm, Dingen! Ich finde, es gibt nichts schlimmer aus als sowas. Und im Krieg verdienen sie alle noch Geld. Und da ist wirklich nur der Mann. Schön, oder nicht? Herrlich. Oh, Kino ist sie, das ist auch ein Getriegel für Merlin. Ja, ja, morgen. Morgen geben wir nach Börsi und nach der Ariel. Oh, hier sie kommt. Und schau mal, wie sieht man denn schon? Nein, hier sind original. Ich bin ja. Jetzt kommt das gerade hier, das ist geil. Die Sonne, die da drauf scheint, hat das echt einen guten Effekt. Wenn das dann noch so schnell, da freue ich mich schon drauf. Hammerhaft. Das ist immer traurig, das ist immer traurig. Schade, dass die da nicht... Verstehen die Tiere, vielleicht rissen sie das auch. Komm Merlin, komm. Merlin. Komm Merlin. Merlin. Komm Merlin. Komm Merlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.